hey leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir einfach mal eine kleine runde minecraft und ich finde keine kiste das ist nicht gut dann ist was habe ich mir schon angehütet habe ich muss erst mal ein bisschen rennen weil ich gehe irgendwie immer aus dummheit einfach auf die anderen gegner wo ich noch nicht voll bin und suche mir nebenbei noch ein paar kisten ich nehme mal schuhe von wo von da unten ich gehe mal da rauf vielleicht bekomme ich ja den kill nein wenn der jetzt den kill bekommt so da hinten ist der hingelaufen hier rechts rum oder da oben ist ja hochgejumped gesundheit kann man nicht hä lol da oben habe ich noch einen helm hä da hinten ist einer verdammt so dann gehen wir mal weiter es noch mal ein brot ich hoffe ich überlege das noch bis zum deathmatch da oben Double mit einem , Da oben ist er. Mal gucken. So, springen wir mal instant hoch. Äh, Boom ist drin. Oh oh. Ich hoffe, er will kein Konflikt. Jetzt noch mal kurz beim Botmatch. Ne, ist eben so aus, dass er nicht möchte. Erstmal den Weg noch bekommen. Oh, der ist immer knapp. Ich hab ihn besser getroffen. Definitiv. Wieso will ich doch auf den Arm nehmen? Hä? Ja, genau. Komm, hol dich! Das ist doch lächelig. Ich hab ihn. Ist der ein Steinschwert? Ja, hätte ich das gerne. Nein, hätte er nicht. Nice! Oder... Nee, ich verguck mich nicht. Bin ich mir auch sicher. Ich misch mich da lieber nicht ein. Ich hab ihn verarschen. Ach, jetzt gehen beide auf mich. Alles klar. Die lenken aber für Romy. Ja, alles klar. Jo, wahrscheinlich. Alles klar. Jo, wahrscheinlich. containment mit Kluca. Ja, alles klar. Machst du noch her. Das ist doch ultimately her. Oh, das sieht so aus. Und da war Coco. Ich hab ihn mir verarscht. Ich bin mega Torwart.